Eeeh Supergeil, komm ich jetzt auch noch hier hoch? Ah, das wär super, super, ok. Oh, ich seh dich grad gar nicht, weil ich zu weit entfernt bin. Ich komm immer weiter nach unten. Oh mein Gott, ich bin so bescheuert. Ich bau einen Aufzug und drei Meter da drunter... ... ist das Gold. Ha! Hat sich voll gelohnt, weißt du das? Wann machst du sowas? Ich hab keine Ahnung, ich hab nicht nachgedacht. So, was braucht der jetzt nochmal? Info, Bauauftrag... Warte mal, sollen wir einfach mal aus Just for Fun so ne Statue? Vergangener Kulturen. Ich weiß zwar nicht, ob das was bringt, aber vielleicht kann man dann was freischalten. Keine Ahnung, wo ich auf so ne scheiß Idee komme, aber... Keine Ahnung, ich hab mal gucken. Das muss ich da leider. Ich glaub, das bringt nix. Mit dem Bowsers macht man das noch? Ich glaub schon. Brauchst du drei Steine für? Hab ich locker. Oh, kein Geld. Ähm... Wo ist denn das große Loch bei dir? Seh ich gar nicht. Oh, du bist so weiter rechts, weiter rechts. Achso, da kann ich nicht hingucken. Achso. Boah, wenn ich meine Werkstatt abfacke, ne, dann... ... rappelt's im Karton, aber so richtig. Geil. Hat der Radar. Aber jetzt hab ich keinen Strom. Ich auch nicht. Komm, fahr schon, fahr schon. Ich muss aber nach unten. Ich muss aber nach unten. Ganz wahnsinnig. Oder kann ich vielleicht... ... einen Leitungsbausatz... ... mit dem Hochofen verbinden und durch die... ... Elektrizität wird... ... daherhitzt und dann... ... burn, burn, burn. Keine Ahnung. Muss ja wirklich sein, ne? Soll ich's mal ausprobieren? Warte, ich löse den... Ich löse den... ... Kackhacken vom... ... von der Werkstatt. Okay, das war halt, glaub ich, der vom Aufzug. Oder? Boah, keine Ahnung. Warte, ich mach... Wir schließen dann den Fahrstuhl an. Und vom Fahrstuhl an den... Ja, grab du dich da drunter durch. Leitung hier nicht möglich. Ja, super. Hm. Ich brauch gar keinen neuen Leitungsbausatz kaufen. Ich brauch mein Sägewerk eh nicht mehr. Dann kann ich den Leitungsbausatz davon wegnehmen. Mach ich auch. Kack, dreist. So, bringen wir erst mal weg. Hier hin. So. Ähm. Warte mal, was brauch ich jetzt? Ja, auch nicht. Genau. Vier Holz und zwei Mittel. Ah, da. Da ist es. Pfff. Schnee im Sommer. Pfff. Jetzt doch. Ströme von nackten Männern. Und Zauberstab. Ja, Lord of the Weeds. Pff. 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 Mein Gott, warum hab ich den Aufzug hierhin gebaut? Wie blöd bin ich eigentlich? Pascal kriegt kein Lord of the Weeds. Der ist auch dumm, ey. Der wurde auch im Keller, ey. Pff. 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 Heißt du, die Hände mit der Nase? Ja! Jesus, der hat der Nase! Okay, Pizzastrinks heißt der Song. Ja. Pizzastrinks, was hört sich denn hier nach Pizzastrinks an? Ah, Pizzas? Geil. Ah, auf Pizzas hätte ich jetzt Bock! Ja, wäre schon geil, ja. Da habe ich noch ein Metall. Das ist ein Klons-Season-Gott. Klar. Mein Gott. Ich brauche immer noch mehr Geld. Vielleicht versuchst du zu mir rüberzukommen. Dann. Oder ich zu dir. Weil ich glaube, ich habe hier eine relativ gute Position. Keine Ahnung, weil dann könnte man zusammen agieren und dann geht alles ein bisschen schneller, denke ich. Weil im Moment handeln wir alle noch ein bisschen alleine, oder? Ja, ich muss ja jetzt den Season-Gott bauen. Okay, brauche du den Season-Gott. Vielleicht fertig. Ja. So, hier ist noch... Boah, der bleibt immer an der Erde hängen, ne? Wie fett ist der eigentlich, dass er nicht in den Fahrstuhl passt? Okay. Toll. Zeigst du ein Männchen hier? Das bringt gar nichts. Wie? Ja, Season-Gott habe ich. Bringt aber nichts. Geil, wo hast du den hingebaut? Ich will ihn auch sehen. Oh, yeah, siehst du sogar. Geil. Mach das Wasser jetzt hier rein, ne? Nein. Warum? Das bringt nichts. Willst du das weghaben? Ja, weil das bringt sau wenig. Das geht vielleicht ein ganz Stückchen weg. Das klappt nicht. Ne, ne, ne. Also das funktioniert auf keinen Fall. Wir brauchen irgendwie so Taucherklongs oder sowas. Wir finden aber nicht. Keine Ahnung. Vielleicht muss man auch erst alle Gebäude bauen. Das glaube ich zwar auch nicht, aber... Oh, keine Ahnung, Kevin. Ich bin gerade etwas überfragt. So, jetzt habe ich... Jetzt kann ich noch Metall kaufen. Oh, hier sind keine Bäume mehr. Wie ätzend ist das? Vielleicht hätte ich den letzten doch nicht fällen können sollen, weil ich glaube, die pflanzen sich dann nicht mehr vorn. Ich glaube auch, aber die pflanzen sich nicht vorn. Nicht? Nö. Okay. Oh, es dauert. Oh, das dauert. Das kann auch sein. Okay, was braucht der denn jetzt noch? Was bin ich? Kummerrock wird erster? Wie, der wird erster? Hä? Hä? Was war das bitte für eine Beförderung? Herzlichen Glückwunsch, Kummerrock der Erste? Loll. Wirklich, warum bist du weiter als ich? Keine Ahnung. Ab heibig gespielt, Mama. Bestimmt durch die Mission. Ach, durch das Battle. Weil ich gewonnen habe. Ja, und du hast ja, ähm... ...das eine versucht zu spielen. Ja, aber das habe ich abgebohrt. Ich weiß nicht, ob das gezählt hat. Keine Ahnung. Weil ich bin eben erst generell einleitender geworden. Aber meiner... Irgendwas... Ich kann es gerade nicht ganz lesen. Kann ich jetzt mehr machen? Geht mir drauf. Soll ich gleich mal ausprobieren? Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es gebracht hat. So, jetzt habe ich den Aufzug endlich fertig, der mir eigentlich nichts bringt. Aber... Weil ich es kann. Weil ich es kann. Boah, ich kann es überhaupt nicht, äh. Oh mein Gott. Ah, ich kann es auch so. Kann auch so. Nein, nein. Ich nehme den Leitungsbausatz, gehe ganz nach unten. Und habe den Stuhl angeschlossen. Hallo? Strom? Strom? Ist kein Wind gerade? Doch, es ist doch Wind. Kann ich nicht von Fahrstuhl zu Fahrstuhl nehmen? Hä? Ja. Oder kriegt das Windkarte keine zwei, äh... Dinger beschäftigt? Doch, bestimmt. Warte, ich glaube, ich habe da irgendeinen Fehler gemacht. Warte mal. So ein Windrad nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war nicht so clever. Ich kann die Leitung nicht legen. Oh mein Gott, jetzt bin ich blöd. Nein! Oh, jetzt habe ich Glück gehabt. Oh mein Gott, jetzt habe ich weggegraben. Aber ich... habe die Leitung vom... Aufzug weggenommen. Leitung ist gerissen. Was denn? Ich glaube, du musst mir helfen. Warum? Ich habe mich festgegraben. Oh mein Gott. Warte mal kurz. Warte? Bearschen, äh. Ich habe mich nicht schon wieder festgegraben. Warst du gerade wieder los? Nee, doch nicht. Nee, 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 nee. Ich habe wieder... Geht. Juhu. Oh. So, da ist meine geile Konstruktion. Oh mein Gott, ey. War das Goldklumpen? Den will ich haben. Den will ich haben. Boah, ich nehme alles weg, was geht. Alles so. Ja. 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 Also, geizen. Geizen. Geizen ist geil. Lehmklumpen kann ich denn irgendwann brauchen? Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt würde ich gerne erst mal Gold abbauen, weißt du das? Warte mal, wie kann ich das jetzt am besten machen? Ja, ich hole mir eine große Bombe, glaube ich. So eine 10-Gold-Bombe. Superflint. Supergeil. Superflint ist supergeil. Ja. Gleich müsste ich mehr Gold haben. Hoffe ich mal. Ja, so könnte das passen. Oh, scheiße. Erst mal die ganze Erde wegmachen, damit wir die Maximum an Sprengkraft rauskriegen. So, an die Decke hangeln und Superflint kacken. Ich habe eine Verdauungsstörung. Oh, Mama. So viel Schiff gefressen. Das verpassend. Boah, Alter, ich glaube, das gab viel Gold. Da darf ich aber hundertmal hin. Oh, kein Wind. Ich auch nicht, ich häng gerade im Haarschulfest. Gibt sich irgendwie so einen Notdienst oder so? Haben Sie ein Problem? Und ich wollte immer noch... Ah, jetzt geht's. Ich wollte immer noch probieren, ob ich jetzt länger atmen kann, ne? Ja. Boah, das wäre Hammer. Warte, ich probiere es aus. So, erst mal Goldreiten-Sicherheit bringen. Okay, mal testen. Oder bin ich jetzt immun gegen Haie oder was? Ne, ich glaube, das ist immer noch genauso schnell. Aber ich verstehe nicht, was das für eine Beförderung war. Keine, was ein erstes Männchen ist. Was so weit gekommen ist. Ja, war aber keine Beförderung, oder? Und ich habe auch keinen... Boah, ich habe keine Ahnung. Ka, Mama. Ach, nee, ich muss eine Bombe mit nach unten nehmen. Das wäre natürlich geil. Boah, kann mal bitte Wind kommen? Sollen wir uns ein Boot holen gleich? Ich glaube, ich kann gleich eins kaufen. Oder du kannst auch eins bauen, ne? Ja, eins bauen, ja. Das war teuer. Was brauchst du dafür? Weck gucken. Ich habe Holz. Können wir mal abwägen. Also, ein Boot kostet 15 Gold. Was brauchst du für das Ding? Moment, Moment. Du musst erst verkaufen alles. Ja. Okay. Das Boot braucht drei Holz. Drei Holz und sechs Gold. Dies würden wir sparen. Wetten wir sparen. Oh mein Gott, was soll das denn? Was war denn was? Komm, jetzt geh da hin, ey. Du kennst es doch, wenn man... Wenn man... Oh, das war perfekt. Oha. Wenn man einen Erddreckhaufen... Oh mein Gott, ich hasse das. Das ist schon wieder so ein Goldklumpen, der übrig ist. Und ich komme nicht nach unten mit dem... Weiß noch, in der Höhe da. Ja, okay, mit uns. Oh mein Gott. Ich hasse das. Ich meinst das jetzt weg. Oh, ich hab' ich kein Strom. Komm schon. Fahr nach oben. Fahr nach oben. Komm schon. Ich kann auch so nach oben, oder? Ja, ich kann auch ohne Strom nach oben. Das ist natürlich auch sehr geil. Das kommt noch eine Bombe... Smoke. was ist